Was hat die Welt davon, dass es mich gibt oder was habe ich davon, dass es die Welt gibt? Ja, darum wird es heute gehen, weil ich nehme ja immer das, was mich gerade selber sehr stark beschäftigt und dazu habe ich Fragen an euch und möchte euch natürlich auch erzählen, wie ich das sehe. Ich bin mal gespannt, wie das heute so verläuft. Vielleicht nehmen wir einfach mal den ersten Satz. Wer hat denn den Satz von euch schon mal gehört und was fühlt ihr dazu? Dieser Satz, was hat die Welt davon, dass es mich gibt? Einfach mal oder vielleicht habt ihr eine Gegenfrage dazu. Lasst uns einfach mal im Chat noch ein bisschen im Austausch sein und im Anschluss werde ich dann auch nochmal Matrixen und vielleicht jemanden freischalten, der sagt, dass er gerade jetzt da gespürt, dass er ein Thema hat. Und ich würde sagen, ich spanne euch mal nicht mehr auf die Folter, sondern ich möchte euch sagen, was mich überhaupt dazu gebracht hat, euch mit dieser Frage zu konfrontieren. Und zwar habe ich letzte Woche eine Freundin getroffen, die ich schon viele, 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 viele Jahre kenne. Und sie ist ein Mensch, der immer, also solange ich sie kenne, hat sie nach dem Motto gelebt, was hat die Welt davon, dass es mich gibt. Und sie hat sich immer verschenkt. Sie hat, also ich kenne sie eigentlich nur gebend und verschenkend. Sie hat sich an ihre Kinder verschenkt, sie hat sich an ihren Partner verschenkt, sie hat sich an ihre Klienten verschenkt und ihre Eltern. Und sie hat immer gegeben, gegeben, gegeben. Es ist nicht so, dass sie sich leer gemacht hat, aber das, was mir immer aufgefallen ist, ich hatte immer eine Person, einen Menschen vor mir, der auf der Suche war. Es war nie genug. Sie hatte immer das Gefühl, sie muss sich noch mehr finden, sie muss noch mehr entdecken. Es reicht noch nichts, sie muss sich noch entwickeln, sie muss noch durch Prozesse gehen. Es war so ein Lieblingssatz von ihr. Oh, Martina, ich bin wieder richtig tief in Prozessen. Und ich habe sie jetzt getroffen und sie war anders, völlig verändert. Ein Mensch, der, und ich habe gemerkt, dass ich mich gerade ähnlich fühle, völlig in sich wohnt, richtig angekommen, total verwurzelt und geerdet. Und ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass sie nicht mehr sucht, sondern dass sie weiß, wer sie ist. Sie weiß, dass sie angekommen ist und aus dieser Mitte heraus hat sie gegeben. Aber ohne zu geben, sondern es ist einfach geflossen. Aber ohne, dass sie etwas von sich weggegeben hat. Und das war auch das allererste Mal, und ich kenne sie seit 15 Jahren. Das erste Mal, dass sie nicht erzählt hat, sie wäre im Prozess und sie war nicht suchen und sie hatte nicht das Gefühl, sie muss mehr geben, sondern das, was sie gemacht hat, ist, sie hat mir erzählt, was sie im Moment alles nimmt. Sie hat komplett den Prozess umgekehrt und hat gesagt, sie bekommt gerade von der Welt. Sie holt sich ihre, sie stillt ihre Bedürfnisse über ihren Partner. Sie holt sich alles, was sie braucht über ihre Kinder. Sie holt es sich auch, was sie braucht von ihren Eltern und von ihren Patienten und Klienten in ihrer Praxis. Das heißt, sie hat sich aufgefüllt permanent und hat sich geholt, was ihr die Welt gibt und ist ein absoluter Genussmensch. Und das, und jetzt kommt das Faszinierendste, seit sie nimmt ohne Ego. Also wichtig ist, glaube ich, bei dieser Geschichte, ich habe einfach gespürt, es ist nicht ihr Ego, das sagt, ich brauche das und ich will das und ich muss das jetzt haben, sondern aus ihr heraus kam einfach, ich stille jetzt meine Bedürfnisse. Und das, was passiert, wenn ihr eure Bedürfnisse stillt, wenn ihr euch von der Welt das holt, was die Welt euch zu geben hat, dann habt ihr so eine starke Ausstrahlung von etwas, wonach sich jeder Mensch sehnt. Sie hat gesagt, ihre Praxis ist noch nie so gut gelaufen wie bisher. Ihre Beziehung wunderbar, die Beziehung zu ihren Kindern völlig verändert und alles, weil sie in ihrer Mitte ist. Und das ist ja etwas, was ich in den letzten Wochen auch an mir selber entdeckt habe, dass mich das verändert hat. Ich habe das nur nicht so ausgedrückt, aber jetzt gefällt mir unglaublich dieser Satz. Was habe ich davon, dass es die Welt gibt? Und ich möchte das wirklich an euch weitergeben. Dass ihr, vielleicht machen wir das auch jetzt nochmal gemeinsam als Gruppe, dass ihr wirklich einladet, wirklich einladet und erlaubt, dass alles in euer Leben kommen darf, anhand eurer Bedürfnisse, damit eure Bedürfnisse gestillt werden. Und nicht, dass ihr herausgebt und euch verschenkt und euch dabei vergesst. Weil das ist auch ein ganz großes Problem, was wir dabei haben. Dass wir uns dabei vergessen, weil wir verlauter geben, denken, wir brauchen nicht so viel. Und auf einmal, Lothar, jetzt haben wir ihn wieder, den Porsche, ist es Benzin leer und wir müssten eigentlich tanken und haben es gar nicht gemerkt. und liegen jetzt auf dem Seitenstreifen und alle anderen fahren vorbei, um die wir uns die ganze Zeit gekümmert haben. Und wir machen das so. Damit ich euch alle irgendwie mit drin habe, schreibt mir doch mal eure Bedürfnisse in den Chat und ich spiele mal mit euren Bedürfnissen. Welche Bedürfnisse stellt ihr gerade ans Leben? Welches Bedürfnis wünscht ihr euch, dass gestillt wird? Und die Welt kann euch etwas geben. Wir laden etwas ein, was euch die Welt gibt, um das zu stillen. Die Fülle. Das ist ein sehr gutes Thema. Dazu erzähle ich euch noch was. Ich habe nämlich demnächst wieder einen Gast geladen, der was über die Fülle uns erzählen wird. Haha. Entspannt in meiner Mitte sein. Okay. Also die Fülle, Entspannung, mich frei bewegen zu können. Vertrauen und Zugehörigkeit. Liebe, Nähe, Geborgenheit, Zugehörigkeitsgefühl. Ja, ja, Janett, du willst dann wieder alles, ne? Leichtigkeit im Flow zu sein, Wertschätzung, Liebe, Frieden, Gesundheit, Lebensfreude, Lebensfreude. Meine eigene optimale Wohnung mit eigenem optimalen Mietvertrag und optimaler Umgebung, Sicherheit, Liebe und Erfolg, Gesundheit. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber was auf jeden Fall ganz viel kam, ist die Lebensfreude, die möchte ich jetzt als erstes nehmen und spürt einfach mal rein. Die Lebensfreude. Ich könnte jetzt einen Schalter nehmen und sagen, wir regeln mal die Lebensfreude hoch, aber ich öffne jetzt einfach auch mal einen Raum, weil um Lebensfreude zu fühlen, braucht vielleicht jeder von euch was anderes. Also nicht alle brauchen das Gleiche wie ich, um Lebensfreude zu fühlen. Und ich öffne den Raum für jeden von euch einzeln. Spürt rein, dass dein Raum gerade geöffnet wird für die Lebensfreude. Und ich nehme jetzt einfach mal komplett das Modulfenster und Türen, weil ich sehe jetzt wie so ein Dachlukenfenster und ich öffne die Luke und da kommt die Fülle rein. Und jetzt habe ich den Erfolg und für den Erfolg sehe ich eine große Glastür, wie heute am Flughafen, wenn man da drauf zuläuft, dass sich die Tür eigentlich von alleine öffnet. Da ist die Information für den Erfolg. Könnt ihr das spüren? Und die Sicherheit. Mal gucken, was ich bei der Sicherheit bekomme. Bei der Sicherheit geht es darum, eine Tür zu schließen. Das heißt, wenn wir geöffnete Türen haben, über die permanent Informationen in unser Feld fließen, dann kann es sein, dass wir uns nicht sicher, und ich nehme auch die Geborgenheit gleich mit rein, Janett. Das hattest du, glaube ich, vorhin geschrieben. Also die Geborgenheit und die Sicherheit. Und ich schließe einen Raum. Das ist eine Tür. Und ich schließe diese Tür. Und für die Fülle können wir noch ein Tresor öffnen, ja? Und ich nehme mal eine Zahlenkombination. Ich liebe es, wenn mir Zahlen dann in den Sinn kommen. Da ist zuerst die sieben und die drei und die sechs und die acht. Jetzt mache ich den Tresor auf. Freiheit ist, glaube ich, auch noch was, was ich gerne nehmen möchte. Was kommt für die Freiheit? Da kommt eine Ressource. Mal gucken, was für Ressourcen. Vielleicht kommen unterschiedliche Ressourcen. Als erstes habe ich als Ressource den Adler. Und dann kommt ein Berg, einfach ein Gipfel, wo man ganz weit schauen kann. Und jetzt nehmen wir noch den Frieden. Der Frieden war auch etwas, auch ein Bedürfnis. Also ich glaube, das ist ein Grundbedürfnis, dass wir uns nach Frieden sehnen, den wir erst mal in uns brauchen, um dann den Frieden auch nach außen ausstrahlen zu können. Tatsächlich sehe ich noch mal eine Ressource und ich sehe eine Menschenmenge. Also ich sehe einfach ganz, ganz, ganz viele Menschen und die sind ganz eng zusammen und die tragen keine Maske. Das geben wir mal in unser Feld. Das sieht richtig nach einer riesengroßen Freude, nach einem Freudenfest aus. Und für die Leichtigkeit nehme ich erst mal den Schalter. und für die Leichtigkeit öffne ich so eine Art ich würde es ich komme nicht auf den Namen so ein rundes Zelt Es ist auch egal wie der Name ist ich mache das Zelt auf Es ist kein Tipi kein Indianer Zelt es heißt die Zelte haben noch einen anderen Namen aber ich mache mir das Zelt auf Es ist eine Jurte genau Brigitte du weißt was ich meine aber jetzt kam auch noch ein Zirkuszelt aus der Jurte ist ein Zirkuszelt geworden jetzt machen wir einen riesen Zirkus also da kommt viel Leichtigkeit Könnt ihr das fühlen? Ich habe jetzt noch mal hochgescrollt und da kommt jetzt bei mir noch das Vertrauen und das Zugehörigkeitsgefühl das finde ich ist ein spannendes Wort und ich glaube dass es uns oft im Leben so geht irgendwo dabei zu sein aber nicht sicher zu sein ob man Teil davon ist wirklich dazu gehört und da kann ich auf jeden Fall einen Raum öffnen das ist ein Raum das sieht aus das ist eine Tür und wenn ich die öffne ist dahinter wie so eine Art Ballsaal so eine doppelflügelige Tür schön und mit dem Vertrauen das ist jetzt gerade ein wunderschönes Bild ich habe jetzt in Gedanken schon überlegt was für eine Tür es ist und hinter der Tür sind nur Kinder ich mache mal die Tür auf und die Kinder laufen in den Raum toller Vertrauen ist wahrscheinlich dem geschuldet dass ich mit meinen Enkelkindern so viel Zeit verbracht habe und da sieht man wie viel Vertrauen die die Kinder ins Leben haben können wir uns echt eine Scheibe abschneiden ok schön hat jemand eine Frage dazu also auch zu dem Thema was hat die Welt davon dass es mich gibt aber was habe ich davon dass es die Welt gibt und dass ihr als erstes mal jetzt wieder anfangt auch für euch zu sorgen und dann wird so viel übersprudeln da ist so eine Fülle von dem da was was dann mehr ist was ihr geben könnt das ist unbeschreiblich das ist ist und وفr wie Vielen Dank.